Willkommen zurück, meine Lieben, die Weihnachtszeit ist angebrochen, der Quitton-Preis geht rauf, die Stimmung ist gut, das Wetter ist schlecht und es gibt über eine Million Produkte zu kaufen bei ShoppingBit für Bitcoin und der Mann, der das möglich macht, das ist der Lorenz, der Lando Rothbardian, wie er sich auch nennt und den habe ich mir heute eingeladen. Servus, Lorenz. Servus, Nico, vielen Dank für die Einladung. Die Weihnachtszeit für dich schon angebrochen. Du bist Gründer und CEO von ShoppingBit.com. Genau. Dort kann ich über eine Million Produkte kaufen und ich zahle mit Bitcoin und ich bekomme 5% Rabatt, wenn ich den Code, was Bitcoin bringt, verwende. Fast, das sind 5 Euro Rabatt. Damit. Ich bin so nah dran. In der Probe hat es funktioniert. Es sind 5 Euro Rabatt für den Code, was Bitcoin bringt. Mein Fehler hat jetzt noch mehr Aufmerksamkeit darauf gebracht und die Leute werden jetzt sicher schon loslegen und checken, was man alles kaufen kann bei dir. Aber ich hätte dich nicht eingeladen, wenn du nicht auch viele andere Dinge zu erzählen hättest, als nur deinen Shop zu schilden. Lando, Lando, wer bist du? Ja, ich bin, ja, wer bin ich denn? Wir fangen gleich in der Meta-Ebene an. Kommst gleich auf die, da ist die Therapie-Couch, ja? Ja, also, Herr Dr. Erich, vielen Dank für die Einladung. Also, ich identifiziere mich als absolut Hardcore-Markt-Radikalen-Anarcho-Kapitalisten, was viele Leute wahrscheinlich schon an meinem selbst gewählten Pseudonym erkannt haben, was beziehungsweise ja dann auch genau der Sinn davon war. Lando als Anspielung natürlich an den Star-Wars-Charakter, der einzige Unternehmer, nicht Schmuggler, nicht Jedi. Und Rothbardian als Anlehnung an Mary Rothbard, dem geistigen Begründer des Anarcho-Kapitalismus. Genau. Und, ja, ich sehe mich selber als Unternehmer und, ja, manchmal sehe ich mich selber auch als den James-Bond-Bösewicht des Bitcoin-Spaces. Das passt ganz gut. Du brauchst noch so eine Katze, die du streichelst auf deinem Sessel. Nee, aber ich bin Hundeliebhaber, deswegen. Hashtag Bitcoin-Dogs. Das Problem ist, Bösewichte haben immer Katzen, nicht Hunde. Ja, das stimmt. Also, das, das, oh right, aber Lando, also, das ist lustig. Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, also, wie mir? Ich wusste nicht, wer Lando ist, aber ich habe Rothbard gelesen. Ja, doch, doch, das passiert häufiger. Ah, tatsächlich, okay. Also, ein Twitter kennen die Leute Lando Carissian oder sie kennen Mary Rothbard und manchmal kennen sie sogar beide oder sehen halt die Verbindung mit mich. Und für mich, ich wollte halt einen Namen haben, der A natürlich cool klingt. Das ist natürlich immer das Erste. Und der zweite Teil war halt diese Betonung auf, dass er halt der Unternehmer ist. Also, ich kann nicht, also, meine Programmierkenntnisse, die sind rudimentär at best, wie man so schön sagt. Daher bin ich kein shadowy Supercoder, wie jetzt andere Leute, wie der Dennis Reimann. Die Grüße gehen raus übrigens. Oder andere, die in unserem Space halt technologisch erheblich fortschrittlicher oder näher dran an der Magie des Codens sind. Und ich bin halt der Typ, der halt in den Spalten und Rissen des galaktischen Imperiums irgendwie versucht, über die Runden zu kommen und den Leuten versucht zu helfen, im Bitcoin-Space auch wirklich mit Bitcoin zu leben. Und das ist halt die große Story drumherum sozusagen. Wann hast du denn angefangen? Wann hast du den Shop aufgebaut? Das war Dezember 2018. Schon lange her. Im Bullenmarkt, in der Bullenmarkteuphorie Dezember 2018. Nein, 18, sorry. Genau. Da war der gerade vorbei. Und es war der mieseste Zeitpunkt, am Online-Shop mit Bitcoin aufzumachen, weil ich glaube, der Preis dümpelte irgendwo bei 3.000 Euro pro Coin rum. Und die Stimmung war denkbar mies. Sorry, das war natürlich mein Fehler. Mein Hirn hat jetzt nicht mitgemacht. Also 2017 war das Top und dann 2018 ging es schon wieder runter. Ja, aber das ist ja im Bitcoin-Space normal, dass man die Pläne im Bullenmarkt schmiedet und die Umsetzung dann im Bärenmarkt startet. Ich glaube, das geht fast gar nicht anders. Ich habe auch jetzt insofern noch gar keinen Bullenmarkt mitgemacht mit meinem Kanal. Aber ich merke schon jetzt ein Aufflammen einer guten Stimmung, oder? Ja, definitiv. Also man merkt jetzt, die Leute sind jetzt kampfgestählt, vernarrte Gesichter aus dem letzten Bärenmarkt und jetzt kratzen sich die Leute praktisch den Bullenmarkt raus und BAM! Und das war ja dieses Wochenende, war ja praktisch so das letzte Signal, was noch gefehlt hat. Ich habe da meinen Witz mit Ronny von Copiaro so kurz vor dem Bullenmarkt. Das war unser Mantra jetzt das ganze letzte Jahr. Und wir haben es ja auch an allen Ecken gespürt. Also für die Leute, die halt ein Bitcoin-Unternehmen betreiben, wo man tatsächlich auch physikalische Waren verschickt, da war das wirklich so, die Leute wollen ja eigentlich. Aber dieser Bärenmarkt, der hält halt die Leute zurück, die Stimmung ist schlecht, es wird viel gehatet. Aber jetzt ist irgendwie der Knoten so langsam geplatzt. Und ich denke, was jetzt nächstes Jahr kommt, das wird wahrscheinlich richtig verrückt. Also, ja. Also nur um das zusammenzufassen, wir nehmen das jetzt auf am Dienstag, den 5. Dezember am Vormittag. Bitcoin ist seit dem absoluten Boden, den die EZB für uns markiert hat, am 21. November 2022, um in Euro gemessen, nein, in Dollar gemessen, um 175 Prozent gestiegen. Und, was ich selbst noch gar nicht so stark mitbekommen habe, in den letzten drei Tagen auch gewaltig gestiegen. Und ich hatte so viel zu tun, arbeitsmäßig und so, dass ich das gar nicht mitbekommen habe und auch nicht abfeiern konnte irgendwie auf Twitter. Aber mein Gott, so soll es auch sein. Bitcoin darf auch ohne mich mal steigen. Von 37.000 auf über 40.000 Dollar. 42.000 haben wir schon berührt. Also, ziemlich starkes Ding. Und du würdest sagen, das ist jetzt für dich die letzte Hürde, die noch zu nehmen war, um offiziell zu sagen, Jungs und Mädels, we're back. Genau. Also, das ist so der letzte Knoten, der noch platzen musste. Und jetzt sind die Leute wieder in euphorischer Stimmung. Und jetzt können diejenigen, die den Bärenmarkt durchgestanden haben, ihre Unternehmen aufgebaut, ihre Prozesse optimiert, ich glaube, die werden eine Renaissance sehen, die sich gewaschen hat. Also, im Sinne von, was ist tatsächlich möglich als Bitcoin-Unternehmen? Wie kann man seinen Space oder den Space allgemein positiv beeinflussen mit klassischem Unternehmertum? Und man hört es ja schon von, die Spatzen rufen es ja schon von den Dächern. Also, mein letztes positives Signal war, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, da hat der Chris von Sidor, der hat ja diesen kleinen Bitcoin-Stanzer für Münzen rausgebracht. Und das Ding ging durch die Decke. Also, auch Gratulation an Chris an der Stelle. Aber das sind so diese kleinen Feinheiten, die man dann auf Bitcoin-Twitter sieht. Und dann taucht es auf und dann merkst du, oh ja, da ist die Stimmung gut. Oder hier der Rick von Crypto Cloaks, der macht ein neues Video. Und hey, wir haben jetzt ein paar neue Printer dazu geholt. Und hier, das sind die ganzen Bestellungen, die ausliegen. Und das sind so diese positiven Signale, die wir haben, aus dem Space, dass man tatsächlich, wenn man seine Arbeit gemacht hat im Bärenmarkt, jetzt dann endlich an den Früchten des Erfolges kosten kann. Landon, du machst mich ganz nervös. Ich hoffe, ich habe meine Arbeit gemacht im Bärenmarkt. Ich habe meine Affiliate-Codes beieinander und meine Content-Strategie, bla, 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 bla. Nein, also, ich freue mich sehr, dass wir derzeit, ich kann das nur wiedergeben, also zumindest auch mein Setup ist jetzt inzwischen gut genug, dass ich sagen kann, ich kann spontan reagieren und wir können jetzt dranbleiben. Weil ich glaube auch, dass die nächsten Wochen, die nächsten Monate vollkommen crazy werden. Also, davon gehe ich aus, auch aus einer, sage ich mal, fast schon Bitcoin-externen Sicht. Also, ich bewege mich ja doch noch viel in der Normi-Welt, in die ja nichts weiß von all den Dingen, dass da jetzt aufgebaut wurde im Bärenmarkt und dass da jetzt, wenn du sagst, eine Renaissance, die sich gewaschen hat. Die meisten Menschen wissen doch gar nichts von Bitcoin. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das stimmt, aber das wird sich schnell ändern. Also, weil unsere Erzfeinde, die Regierung, sind ja auch nicht blöd und sie scharren ja schon mit den Hufen bezüglich der Einführung von der Central Bank Digital Currency und da sind sie alle ganz, ja, da geht denen der Stift, wie man so nett sagt. Und das wird diese ganze Bitcoin-Adoption erheblich beschleunigen, weil die Leute gesehen haben, was zwischen 2020 und 2022 passiert ist mit digitaler Überwachung. Bei euch in Österreich war das ja noch erheblich schlimmer mit diesen digitalen Ausweisen, die rot leuchten, wenn da abgelaufen ist, etc. Genau. Weißt du, das Problem ist, das ist ja nur eine Vorstufe. Klar, das ist klar. Wobei ich würde sogar so weit gehen, zu widersprechen und zu sagen, ich glaube nicht, dass es die Angst vor Überwachung und so weiter sein wird, die die Leute zu Bitcoin treiben wird in den nächsten zwei Jahren. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, es ist die... Nee, das meine ich nicht. Das meinte ich nicht. Mir ging es darum, der Staat führt etwas ein und prinzipiell werden die Leute skeptisch dem gegenüber sein. Und wenn dann das Bargeld, wenn sie es dann irgendwann vielleicht schaffen, es abzuschaffen, dann keine Option mehr ist und die Inflation noch härter voran steigt, dann wird die Frage aufkommen, gibt es denn überhaupt eine Alternative? Und das sind wir dann da. I agree. Und deswegen bin ich hyped. Nicht, weil die CBDCs und bla und dass die Leute Angst haben. Nee, Angst treibt die wenigsten Leute in die richtige Richtung, sondern einfach nur die Möglichkeit, lässt sich mit Bitcoin auch Geld verdienen, ohne Leute übers Ohr zu hauen. Und dafür braucht es halt die Bitcoin-Unternehmen, die halt schon parat stehen und sagen, ja hier natürlich, selbst im Bärenmarkt haben wir alles aufgebaut. Jetzt sind wir hier. Schaut euch doch mal an, was wir alles machen können. Schaut mal, wie viele Leute wir einstellen können. Schaut mal, wie hart wir expandieren können, etc. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und am Ende des Tages geht es ja auch darum, zu zeigen, hey, du wirst jetzt dagegen sein, dass man da Steuern zahlt und so, aber da entstehen Jobs und da entstehen Steuern und da hat auch die Gesellschaft und die Wirtschaft was davon. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, was die Lobbyarbeit für Bitcoin betrifft, weil am Ende des Tages nur reale Wertschöpfung führt auch zu politischem Interesse im positiven Sinne. Also, ja, ich bin da ganz klar der Meinung, Steuern sind Raub, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sie bezahlen will oder nicht, wenn er mit den, leider den aktuellen Konsequenzen leben möchte. Oder wir bauen halt eine eigene Privatstadt. Ja, ja, aber ich sage nur, ich sage nur, du musst das in Stufen sehen, nicht? Ja, ja. Also, nochmal, ich glaube ja auch nicht, dass diese Staatskritik der Treiber ist. Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Bitcoin jetzt ganz stark getrieben wird von A, steigendem Preis, also wirklich der Realisierung, dass da eine knappe Commodity ist, die man haben sollte in seinem Portfolio, was bisher noch immer mit gewissem Abstand eigentlich betrachtet wurde, aber mit BlackRock und so weiter wird sich das auflösen. und B, wird sich dadurch auch die Erzählung drehen und dieses ganze Bitcoin is boiling the ocean wird jetzt in diesem Bullenmarkt, das wäre so meine Idee, also Bitcoin wird quasi reingewaschen von seinem schlechten Image im Mainstream und das eröffnet dann ganz neue Möglichkeiten. Und dann, und da bin ich vollkommen bei dir und deswegen finde ich das mega, was du machst mit Shop in Bit, möchte ich auch Bitcoin verdienen und möchte die auch wieder ausgeben können. Und das sind natürlich dann ganz neue Geschäftsmodelle auch, die es einfach in der Fiat-Welt so nicht gibt. Und das ist dann, das wäre dann für mich eigentlich schon der übernächste Schritt. Der nächste ist quasi in Wahrheit Gier. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja das Tolle an der freien Marktwirtschaft. Die Leute machen aus der Makrosicht die richtigen Dinge, aber aus den falschen Gründen. Es ist uns doch Jacke, warum die Leute zu Bitcoin kommen. Der Grund, wichtig ist, dass sie zu Bitcoin kommen. Wenn sie zu Bitcoin kommen und sagen, ich habe hier gesehen, hier BlackRock ETF, der Preis pumpt. Viele sind darüber zu Bitcoin gekommen, oder? Sie sehen halt, naja, hier, der Lando von Shop in Bit, Roddy von Copiaro, Chris Seedore und alle anderen, die Bitbox-Leute, so, alle machen plötzlich hier Kohle mit so einer absoluten Nische, die aus dem Nichts, aus dem Nichts natürlich auftaucht, so, und deswegen fangen sie dann auch vielleicht eigene Bitcoin-Unternehmen zu machen oder in den Bitcoin-Space einsteigen zu wollen und das ist ja nur positiv für uns. wir müssen nicht, wir müssen nicht darauf hoffen, dass die Leute aus den richtigen Gründen kommen. Der wichtige Faktor ist, dass sie zu uns kommen, dass sie Bitcoin entdecken und dann bestmöglich natürlich gute Bitcoin-Bildung, wie jetzt von dir zum Beispiel, bekommen und nicht gleich in das nächste Multi-Level-Marketing, Token-Crypto-Scam-Dinge reinzupurzeln. Weißt du, genau, deswegen ist mir diese Story vielleicht auch wichtiger als dir, weil ich bin halt im Medien-Business und da geht es um Stories. Da geht es um die Frage, was ist die Erzählung? Was steckt dahinter? Und da muss ich dir schon sagen, natürlich, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist extrem evident, wenn ich, ich habe ja Twitter nicht am Handy, weil ich meine Zeit sonst, also keine Zeit hätte, deswegen bin ich aber auch, was Nachrichten betrifft, ein bisschen unterversorgt, weil wenn du ins Internet gehst, überall nur Paywall, auch etwas, wo übrigens Bitcoin extrem helfen kann, gerade erst kurz vorher habe ich mit einem französischen Bitcoiner geredet, der da interessante Produkte entwickelt, aber das ist eine andere Geschichte und und das heißt, und dann gehe ich auf YouTube und gebe Bitcoin ein und werde halt zugemüllt mit Bullshit, also richtig High-Level-Katastrophen-Bullshit, also Krypto, Abzocke, MLM, also wirklich übelst, 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 ja, also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun in der Aufklärungsarbeit und in der Erklärungsarbeit, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, also es gibt, es gibt sicher, man kann immer besser aufgestellt sein, aber ich sage nur, man darf glaube ich nicht vergessen, dass außerhalb unserer kleinen und feinen und besten Bubble der Welt noch ganz andere Dinge abgehen. Ja, ja, aber das ist halt genau der Punkt, also wie kriegst du, wie kriegst du die Leute daran interessiert, die jetzt voll in ihrem Normie-Lifestyle drin hängen, also ich denke mal, jeder aus unserem Bitcoin-Space hat solche, in Anführungsstrichen, Normie-Freunde, die haben halt Normie-Probleme, aber ab irgendeinem Punkt werden die sich auch fragen, warum wir denn so ein komisches Leben führen, warum, was, was ist denn daran dran, so, also, mit aktiven Reden über Bitcoin, etc., habe ich persönlich tatsächlich nicht so viel erreicht, vielleicht muss ich auch einfach nur an meiner Formulierung arbeiten, ne, aber seitdem ich das als Unternehmer wirklich betreibe und die Leute sehen, ah, okay, gut, jetzt am Anfang kommt er damit seinen 2000-publiken Bauchladen, Produkte daher, ne, und jetzt, fünf Jahre später, sehen sie halt den Unterschied zwischen, ja, ich bin hier bei Podcast, eine Million Produkte, ähm, Lieferung in die gesamte EU und das alles ohne diese klassischen E-Commerce-Probleme, die sie ja sonst sehen, also, selbst in unseren, in meinen B2B-Kontakten bin ich der, in Anführungsstrichen, Bitcoin-König, ne, und dann, da freuen die sich alle, mit mir zu reden, weil das was ganz anderes ist, als die Standard mit, naja, ich brauche dann irgendwie 300 Tage Zahlungsziel und, ja, weiß ja nicht und, äh, und bei uns ist halt, naja, hier, Vorkasse machen wir, weil Bitcoin halt, ne, also so, ein kleiner Aspekt, der die gesamte, also, das dauert halt alles, das ist halt dann nicht so, ich kann jetzt nicht von mir sagen, ja, okay, hier, alle B2B-Partner sind schon angebunden mit Bitcoin oder so, aber, wenn die das hören, wenn die im Fernsehen sehen, wenn ihre, ähm, Ehefrauen kommen und sagen, ah ja, hier, dieser Artikel über Bitcoin und bla, ähm, Bowling the Oceans, wie du ja vorhin schon so schön sagtest, ne, dann werden die sagen, ne, das kann gar nicht sein, ich kenne hier den Lawrence, ne, der macht hier, der ist seit Jahren unser Partner, ist in dem, am besten Zahlungsziele, das funktioniert wunderbar, das stimmt nicht, das kann nicht stimmen, irgendwas ist da falsch und vielleicht muss ich mal mich ein bisschen informieren und tatsächlich, ein paar von denen haben sich bereits privat Bitcoin gekauft und er dachte mir so, geil, ich kann auch fünf Jahre lang irgendwie quatschen und, äh, denen erzählen, wie toll das wäre oder ich zeige denen einfach mit einem Bitcoin-Unternehmen, ja, hier, das funktioniert und das ist dann wieder das Gleiche, aus den falschen Gründen, das Richtige tun, so, weil die denken sich ja, naja, 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 also, ich kann dir sagen, dass das, also das meine ich mit dem realen Niederschlag und deswegen finde ich natürlich, du hast vollkommen recht, bin ich ganz bei dir, Unternehmertum ist das, was es, was es braucht, was es, und, und, und da bringt Bitcoin, das kombiniert quasi alles, weil du hast auch diesen Optimismus, du hast das Netzwerk, du hast die technischen Lösungen, das heißt, du kannst es nutzen als Zahlungsnetzwerk, auch im Content natürlich, inzwischen, ähm, zehn Prozent, äh, meiner Hörer im, im Audio-Bereich hören über Fountain zum Beispiel, ja, also über, das finde ich nicht schlecht, ja, ja, auf jeden Fall, fehlt natürlich im Videobereich noch und, ich bin da, ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, weil ich könnte mich jeden Tag, den ganzen Tag mit neuen Technologien beschäftigen, die, die Bitcoin anbinden an den Mediensektor, ja, absolut, also, es kommt alles, es kommt alles, ich glaube, der Content muss zuerst da sein, den die Leute auch sehen und hören wollen und dann, und dann das, aber, ich kann dir sagen, aus der Medienbranche, sie checken es langsam, nämlich nicht, nicht unbedingt, dass man die Paywall auf Bitcoin umstellt, das dauert noch, aber die Leute checken, dass du Zahlen und Aufmerksamkeit und Stories generieren kannst und, dass du Communities bauen kannst und, dass gleichzeitig das klassische Medienmodell immer stärker unter Schuss gerät, mit steigenden Zinsen, Rezession und so weiter, wird es immer schwieriger, das heißt, die Verlage bauen ab, die Journalisten orientieren sich anders und ich habe inzwischen mehr als ein, also, ich bin ja auch quasi oft als Experte auch in den Mainstream-Medien und es war mehr als einmal so, dass ich zuerst 10 Minuten über Bitcoin geredet habe als Experte und dann noch 30 Minuten im Off, wenn man so rund um Bitcoin einen Kanal baut, ja, oft nicht, weil die Leute das, also, die Leute wollen dann nicht sagen, ich mache das jetzt auch mit Bitcoin, aber die nehmen das als Inspiration und sagen, okay, was ist mein Thema, wie könnte ich das umsetzen? Genau. Genau. Was ist denn deine Story mit ShoppingBit? Wie funktioniert das? Du hast, du kaufst Produkte bei Zwischenhändern oder bei Herstellern und verschickst die, bist quasi das deutsche Bitcoin Amazon oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, wir sind ja eine polnische Firma, wir haben unser eigenes Lager in Polen und dann haben unsere Lieferanten natürlich auch weitere Lager innerhalb der Europäischen Union, das heißt, im besten Fall bekommt man halt fünf separate Pakete und ja, wir sind halt einfach ein Online-Shop, wo man direkt seine Sachen von uns dann kaufen kann, also, wir sind kein Marktplatz wie Amazon, das ist mir persönlich ganz wichtig, das nochmal zu betonen und ja, es funktioniert eigentlich wie, also, meine persönliche Motivation dahinter war halt einfach, dass man ganz einfach seine Bitcoin direkt nutzen kann, ohne jetzt Gutscheinkarten oder sonstige weiteren Zwischenschritte zu machen, sondern ne, du gehst auf die Seite, tippst ein, was du suchst oder klickst auf den großen Banner, den wir aktuell haben und dann sagst du, hey, das gefällt mir, packe ich einen Warenkorb, wähle ich aus, Bitcoin, Lightning, dann bekomme ich nochmal drei Prozent Rabatt, ach, das ist ja super, toll, und dann zack, habe ich auch noch gratis versandt, auf 21 Euro und dann soll ich auf Absenden, habe meine Lieferadresse angegeben und dann innerhalb von drei bis sieben Werktagen ist dann dein Produkt zu Hause und dann stehst du da und dann fragt deine Frau, hä, wie hast du denn das jetzt, was hast du denn da gekauft? Ja, habe ich bei Shoppe mitgekauft, mit Bitcoin bezahlt. Und das ist die Story, die ich, wenn ich auf Meetups oder auf Konferenzen bin, das sagen mir meine Kunden, meine Frau meinte, das ist alles ein Scam, totaler Scheiß, ich habe gelesen, dass davon die Ozeane brennen und die armen Delfine, ja, und nee, und dann kommen die zu Hause an und dann sehen die das Produkt, hier habe ich die mit Bitcoin gekauft, so, was, nee, Quatsch, ja, hier, guck mal, schnuppe mit, das gibt es wirklich, ganz einfach, ohne Probleme, ach, das ist ja toll, ah, muss man ja angucken, so, und, ja. Und ich brauche kein Account anlegen, ich habe, genau, ich habe Privacy, es gibt keine, keine, keine Marketinganalyse auf der Website, also, quasi Internet wie, wie Anno dazu mal. Genau, ja, ich bin halt so ein Privacy-Nerd, andere würden es als paranoid bezeichnen und ich mag solche Google Analytics, hasse ich wie die Pest, also, jetzt zur Weihnachtszeit ist es ja das klassische Beispiel, du bist im Internet unterwegs, suchst nach einer schönen Halskette für deine Frau, tippst es dann ein und dann klickst du auf ein paar Produkte rum, wenn du jetzt bei anderen Webseiten unterwegs bist und plötzlich sind die Werbebanner im gesamten Haushalt nur von Halsketten belegt und dann denkst du dir so, toll, super, wie soll ich jetzt meine Frau dann auch überraschen? Ja, weil sie weiß ja dann schon, okay, du hast es eben, jemand muss es eingetippt haben oder deine Geräte haben dich belauscht. Das gibt es halt bei mir nicht. Also da habe ich auch eine ganz klare Linie, wir machen Privacy ist unser erstes Ding und alles andere kommt dann danach, deswegen, keine Analytics, ihr könnt euch den Code angucken, ihr müsst nicht meinem Wort vertrauen, geht auf die Webseite, schaut auf eure Blocker und dann seht ihr nichts. Wir haben nicht mal Google Fonts, also, so rabiat. Und ich war jetzt gerade auf der Webseite, während du geredet hast, ja, und du hast keine, du hast nicht gescherzt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, ich würde sagen, 12 oder 18 Produkte auf einer Seite und es sind 87 Seiten nur mit Halsketten. Ja. Da wäre ich ja schon wieder froh über, da wäre ich ja schon wieder fast froh über Analytics, die mir sagen, was mir am besten gefällt. Aber ja, äh, 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 ich bin halt, ich bin halt oldschool, so, also, was ich ja nicht will, also, das ist vielleicht auch etwas, was ja den Bitcoin-Ethos ja dann direkt widerspiegelt. Was ich nicht will, ist, dass Leute einfach Sachen kaufen, weil sie Sachen kaufen wollen, sondern, ich will, dass Leute sich Sachen kaufen, weil sie sie auch wirklich benötigen und wirklich haben wollen und sich das gut überlegt haben. Weil das aktuelle Problem im allgemeinen Online-Handel ist ja, die Leute werden dazu animiert, Scheiße zu kaufen. Also, es ist irrelevant, es muss einfach nur verkauft werden, es geht nicht mehr darum, dass tatsächlich ein, ähm, ein echter Bedarf gedeckt wird. Also, wenn man sich jetzt hier die ganzen Black Fridays, und wir haben auch einen kleinen Black Friday gemacht, so ist es nicht, aber Black Week, Black Friday, Cyber Monday und dann geht es so weiter. Und es gibt immer neue Aktionen und dann hier ist das neue Shiny Product X, wird dann in die Kamera gehalten oder stark beworben und im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Stück Plastik-Tinnif, was nichts bringt und weil es schön leuchtet und vielleicht noch mit LED-Strips versehen ist, muss man Essig kaufen. Und das ist nicht das, was ich will, weil wir bei Shop in Bit, wir haben halt eine einprozentige Retourenrate bei den Bitcoin-Käufern. Und E-Commerce-Standard ist halt bei so 20 bis 25 Prozent. Und das ist halt schon so, also wenn wir jetzt auch über den Einfluss von Bitcoin auf die Umwelt reden wollen, ja, da wird zwar immer erzählt, hiermit die Ozeane würden gebraten werden, so wie die gekocht die Fische, nee, das ist ein kleiner Teil der Energiebedarf, aber der gesamte E-Commerce-Sektor besteht eigentlich daraus, dass jede vierte Bestellung zurückgeschickt wird. Und das ist ein absurder Quatsch. Weißt du, das ist das Problem, das ist generell, und das sehe ich sehr positiv in unserer Bitcoin-Welt, dass sich das verändert hat, das eben, das brauche ich dir als Rolf Bardi ja noch nicht zu erzählen, diese ungesehenen Effekte werden eben nicht, werden immer ignoriert. Es wird immer alles nur oberflächlich betrachtet. Und das ist nämlich die Gelegenheit, um auch das neue Buch von Apricomedia, Frederic Bastéillat, das Wesentliche zu schälen. Ich lese es gerade, mache natürlich auch ein Video dazu. Es ist dicker geworden als die Karl Menger-Ausgabe, aber es ist absoluter Hochgenuss. Und natürlich, darum geht es ja. Also diese Überzeugung, ich glaube, also was mich so fasziniert auch an Bitcoin ist, dass es tatsächlich funktioniert. Also früher, die Welt, die ich kenne, da konntest du mit Argumenten am Ende des Tages eh nichts erreichen, weil einfach alles war nur Politik und Erzählung. Aber Bitcoin schafft reale Fakten und die kann man nicht wegdiskutieren. und da gehören Unternehmen ganz stark dazu, aber eben auch, einfach diese, damit sie etwas repräsentieren, etwas präsentieren, dass du sagst, okay, hier ist eine Heating-Lösung, hier ist eine Energy-Lösung, also es gibt bereits was zu tun, und es kommt an bei den Leuten und das finde ich faszinierend, es funktioniert. Und du hast wahrscheinlich recht, mit deiner Staatsskepsis, viel hat auch damit zu tun, aber nicht nur. Es kommt auch an bei den Leuten, die sich für erneuerbare Energien interessieren und auch bei denen, die sich ums Klima Sorgen machen. Genau. Und alle haben ja den gleichen Endpunkt, nämlich, ah ja, Bitcoin könnte dafür eine Lösung sein. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit halt an vielen Ecken fehlt. Also du hast immer nur neue Probleme hier, neue Krisen da, aber keiner zeigt irgendwelche Lösungen auf, außer natürlich, man geht dann gleich in die populistische Richtung und dann ist da immer eine einfache Lösung da. Aber nee, was ist denn jetzt, was ist denn eine mathematische Lösung, was ist denn eine logische Lösung, was ist eine rational verständliche Lösung oder wie ich es gerne sagen würde, was ist eine Austrian Economics Lösung dafür. So. Und das ist dann halt Bitcoin für die meisten Fälle. Egal, ob es jetzt Energieverbrauch geht oder Span oder E-Commerce. Also bevor ich damit angefangen habe, hätte niemand gesagt, ja klar, komm, die Retourenraten sind irgendwie exorbitant niedriger oder so. Das wusste ja keiner. Das kann ja keiner vorher wissen. Aber das ist ja das Tolle. Im besten Fall findest du plötzlich heraus, dass Bitcoin bei einem eigenen Geschäftszweig eine ganz andere neue Ebene hinzufügt oder einen, wie ich es gerne nennen würde, unfairen Vorteil vergibt. Also du kannst natürlich, ja also, jetzt mal Klartext gesprochen, der unfaire Vorteil im E-Commerce ist zum einen 1% Retourenrate und zum anderen, dass man immer Vorkasse bezahlt wird. Also, ich streite mich nicht jede Woche mit Paypal. Ich kenne das von Kollegen aus unserer Branche. Da ist mit Paypal hast du immer Stress oder Kreditkarten oder sonstiges, Chargeback und die ganzen anderen Kladderasch. Das gibt es alles nicht. Das gibt es bei uns einfach nicht. Das ist also ein unfairer Vorteil, den vorher vielleicht, man hätte ihn, wenn man vielleicht smarter gewesen wäre, als ich, hätte man dem vorher vielleicht dann auch erahnen können. Aber man weiß, man kann es vorher vielleicht manchmal gar nicht wissen. Ich kann dir, also abgesehen von den technischen Dingen, die du mit Bitcoin im Medienbereich alles machen kannst, kann ich dir sagen, der unfaire Vorteil ist, dass du durch Bitcoin eine ganz neue Perspektive auf die ganze Welt bekommst. Auf dein eigenes Leben, auf Philosophie, Politik, Wirtschaft. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass jeder einzelne Bereich, für den Informationen und Medien aufbereitet werden, neu gemacht werden muss und gleichzeitig die Menschen, so wie sie bei dir keine Retouren raten oder nichts retunieren oder wenig retunieren, konsumieren sie im Medienbereich wahnsinnig viel, weil sie das Rabbit hole, nicht? Also es entsteht eine Phase bei Leuten, wo unglaublich viel konsumiert wird. Auch Bücher, nicht? Also wie oft habe ich es gehört? Ich habe seit der fünften Klasse keine Bücher mehr gelesen, aber seit Bitcoin lese ich drei die Woche, so. Und das ist natürlich schon auch ein unfairer Vorteil. Deswegen, ich wüsste jetzt kein anderes Thema, bei dem ich in einem Tag über den Aufbau eines Online-Shops reden kann und am nächsten Tag über die Philosophie hinter dem Ego und am übernächsten Tag über die Geschichte der Zentralbanken und dann noch irgendwie über den internationalen Ölmarkt und über den Konflikt in der Ukraine und alles hat irgendwo eine Bitcoin-Perspektive. Genau. Das ist der Zauber von Bitcoin und deswegen bin ich super optimistisch. Deswegen herrscht gute Weihnachtsstimmung. Nicht nur, weil Geschäfte gut laufen und so weiter, sondern weil wir jetzt endlich weiter sind. Also es ist schon, es hat sich schon viel getan in den letzten fünf Jahren, wo ich unternehmerisch tätig bin und wir sind jetzt tatsächlich an einem, also ich persönlich denke, deswegen sage ich ja die neue Renaissance, die sich gewaschen hat, weil jetzt sind die Stellschrauben da. Wir haben tatsächlich greifbare Inflation auf der einen Seite und Lösungsaspekte auf der anderen Seite und alles, was dazwischen ist, zwischen ich bin schon bei Bitcoin und irgendwie ist es teurer, wenn ich beim Aldi Essen einkaufen, äh, Entschuldigung, beim Hofer Essen einkaufen gehe. Stark, hat sich vorbereitet, der Mann. Naja, ich habe meine Zeit lang in Österreich gelebt, deswegen, Gruße gehen raus nach Wörgel, ja. Wusstest du, an Wörgel ausgerechnet, wo das Schwundgeld erfunden wurde, was hat dich nach Tirol verstanden? Naja, aber bevor wir über Tirol reden, wusstest du, dass Aldi am schnellsten wachsende Supermarkt in den USA ist? Ich wusste es nicht, aber es überrascht mich nicht. Es ist wirklich faszinierend, aber gut, Side Note, dort gibt es noch kein Bitcoin. Okay, das war meine nächste Frage, also bevor wir dazu kommen, die klassische Wirtschaftsjournalisten-Frage, wie viel Mitarbeiter habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr und wie steigen die Verkäufe in Prozenten? Ja, das ist eine gute Frage, also unser Kernteam ist jetzt sieben Leute stark, wenn man praktisch unsere Dienstleister und Zulieferer dazu zählt, sind es glaube ich eher so um die tausend, das ist halt E-Commerce, da kann man halt, da skaliert man dann halt über Dienstleister, Umsätze ist ja jetzt im Bärenmarkt einstelliger Millionenbereich, genauer möchte ich darauf nicht eingehen, fair enough, genau, und Umsatzsteigerungen, aber in Bitcoin nominiert, nee, tatsächlich in Bitcoin, noch, noch, nein, ja, und wir haben unseren Umsatz verdoppelt, tatsächlich, im Bärenmarkt, im Bärenmarkt, ja, und merkt ihr, automatisch die Bitcoin-Preisbewegung, weil das Faszinierende ist, weil ich, ich habe erst gestern hatte ich ein Gespräch in einem klassischen Umfeld, sehr, sehr klassischen Mainstream-Umfeld, Bankenumfeld, und da gibt es immer das Argument mit Bitcoin als Wertspeicher wegen der Volatilität, aber die Volatilität geht eben auch nach oben, und wir kennen das vom Wealth-Effekt aus den Aktienmärkten, wenn es nach oben geht, fühlt man sich gleich reicher, man ist es ja de facto, ja, nur der Unterschied ist, einen S&P 500, ETF muss ich erst mal verkaufen, Bitcoin könnte ich theoretisch sagen, okay, das ist es mir wert, weil in Euro ist jetzt der Preis, jetzt nehme ich wieder das formale Datei-iPhone, das man bei euch auch kaufen kann, ist der Preis vom formale Datei-iPhone runtergegangen, und jetzt gönne ich mir ein iPhone zu Weihnachten, weil das kostet mich jetzt 40% weniger, als es vor sechs Wochen gekostet hat, das ist schon faszinierend, das heißt, da müsstet ihr ja in den Effekt merken wahrscheinlich, Ja, ich habe ein bisschen Bammel, also, ja, jetzt ist er sowieso, aktuell sowieso Weihnachtsgeschäft, aber jetzt mit dem letzten Schub noch von 10% extra über das Wochenende, das wird noch mal ein bisschen, also man merkt es an allen Ecken, so, und wir sind sehr stark auch abhängig vom Bitcoin-Preis, also, das ist ja der Negativ-Aspekt, den manche Leute gerne verschweigen wollen, also, wenn der Bitcoin-Preis halt um 60% fällt, dann ist bei uns mindestens 60% Umsatzverlust angesagt, also, wir haben schon in dem Bärenmarkt richtig hart geblutet, ähm, und jetzt kommt das Ganze dann halt doppelt und dreifach zurück, also, kann man es als Long-Term-Capital-Investment ansehen, genau, aber, ja, also, wir spüren den, ähm, den Preis auch, witzigerweise in beide Richtungen, also, das ist ja das Tolle, wenn dann eine echte Kreislaufwirtschaft dann entsteht, die Leute müssen sich manchmal Dinge einfach kaufen, so, ja, genau, da brauchen sie halt eine Anlaufstelle und egal, ob der Preis hoch oder runter geht, ähm, Grundbedürfnisse müssen ja gedeckt werden, so, was da natürlich als erstes runter geht, sind natürlich Luxuseinkäufe und dazu würde ich ein iPhone 15 Pro Max auf jeden Fall dazuzählen, was ja irgendwie schon so 1, 6 kostet, was halt schon, ja, Smartphone ist halt schon, ja, alles klar, so, da hat man früher halt so drei Gebrauchtwagen gekauft. Ja, schau, wenn du, wenn du, wenn du einfach 160.000 Follower auf TikTok hast und deinen Lebensunterhalt dort bestreitest, dann ist das auch kein Ding mehr, ja? Ja. Kommt halt auf an, was du machst. Richtig, richtig, aber, aber trotzdem halt, ne? Es ist halt, man merkt es halt schon und je nachdem, wie halt der Preis steht, also wenn er hoch geht, dann gönnen sich die Leute natürlich auch mehr Sachen, aber witzigerweise ist es auch umgekehrt, also wenn der Preis mal kurz runterfällt und Leute sagen, ah, nee, es ist mir jetzt so riskant, ich brauche jetzt eh was, dann kaufe ich mir erst mal was, so, also, so kann man witzigerweise das Fallen der Messer auch noch auffangen, so ungefähr, aus unserer Sicht, ähm, aber, ja, das ist tatsächlich ein größerer Nachteil, den man halt im Hinterkopf behalten muss, dass man, äh, abhängig von den, äh, vom Bitcoin-Preis auch ist, jedoch, ist es schon ein Unterschied, ähm, jetzt zu 2020, also der Bitcoin, der potenzielle Kundenpool an Bitcoinen, die genug Coins haben, dass sie sie auch ausgeben möchten, ist mittlerweile so groß geworden, dass man schon ein stabiles Grundrauschen auch im Bärenmarkt aufbauen kann. Genau, das darf man, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das beachtet, dass man, also Bitcoin-Unternehmen, egal in welchem Bereich sie tätig sind, egal ob das jetzt, äh, Sidoi ist, ähm, Coinfinity oder, ähm, ähm, Mein Kanal oder, ähm, Shop in Bit, natürlich sind wir abhängig vom Preis, aber das Grundrauschen erhöht sich mit jeder, mit jedem, in jedem Tal verglichen zum vorherigen Tal, oder? Genau, das ist ganz klar erkennbar, also auch in unseren Zahlen spielt sich das ganz klar wieder, es sind einfach, es werden mehr Leute und das ist mein persönlicher Erfolgsindikator für Bitcoin-Adoption in Europa zumindest. Gut, dann würde ich dir, äh, noch eine Frage stellen, also erstens, ähm, schaut vorbei bei shopinbit.com und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch 5 Euro auf den ersten von hoffentlich vielen eurer Bitcoin-Einkäufe zu sparen, denn, wir sind natürlich für Stats-Sacking, aber wir sind auch für die Nutzung von Bitcoin im Alltag, ähm, am Ende des Tages hat jeder selbst eine Entscheidung darüber, was seine Zeitpräferenz ist und wer, wann, wo, was für Geld ausgibt, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, darf ich auf den Thumbnail schreiben, er baut das Bitcoin Amazon, weil du hast ja dich vorher so von Amazon, ähm, ähm, äh, gedistanziert, aber Marketing wäre gut. Das kannst du gerne draufschreiben, wer den Podcast dann hört, äh, weiß, dass ich ganz klar gesagt habe, dass wir kein Marktblatt sind. Aber ist ja für den, für den Konsumenten, mir ist das ja egal, ich will ja nur mein Produkt haben, wo du das herholst, ist mir ja nicht wichtig. Genau. Ja, nee, aber ich denke, das ist ein, es ist eine wichtige Unterscheidung. Meine Anwälte sagen, es ist eine wichtige Unterscheidung. Okay, was die Anwälte sagen, da muss man, da muss, das ist in der Fiat-Welt und in der Bitcoin-Welt so, da muss man drauf achten, ne? Ja, die muss man tatsächlich zuhören, kann man nicht ignorieren. Lando, ich danke dir für deine Zeit, das hat richtig viel Spaß gemacht, ich finde das richtig geil, wie du da mit deinem, ähm, entrepreneurial spirit rangehst an die Sache und ich glaube, dass wir, wie du richtig sagst, da eine Renaissance sehen werden, einen Aufstieg sehen werden, ähm, von vielen, vielen im Bitcoin-Bereich und dass das auch hochverdient ist und, und das finde ich vielleicht auch wichtig, auch in einer normigen Gesamtsicht, es ist auch wahnsinnig wichtig, Pockets zu haben, in denen Optimismus herrscht, in denen vorangeht, in denen die Leute, ähm, nicht, nicht, also, in denen die Leute nicht, nicht weiter wissen quasi, also wo es einen Plan gibt, weil Bitcoin gibt uns diese Möglichkeit. Genau. Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung, äh, es macht mir immer Spaß, äh, über Unternehmertum, Bitcoin und freie Märkte zu reden, deswegen, äh, freut es mich, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns auch mal zusammensetzen und total marktradikal hier uns die Welle zu spielen. ausgezeichnet, hey, dann wünsche ich dir ein gutes Weihnachtsgeschäft und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.